Hallo zusammen, was bin ich vergesslich? Ich sagte er gestern, 72, 74 oder 80 Millionen Wähler stünden hinter ihm. Egal, das war der Stand vom 3. November 2020. Heute, am 3. Dezember, wären es sicher mehr als 90 Millionen. Denn, wie es scheint, wackeln die Demokraten zur Zeit sogar in ihren Hochbogen Kalifornien und New York. Trump spielt sein Spiel genial. Seine Maßnahmen und Aktionen stellen sich im Nachhinein fast immer als vortrefflich heraus. Jüngste Beispiele, die Begnadigung von General Michael Flynn und die Bloßstellung einiger Leute wie Justizminister William Barr und dem Sondermittler John Durham. Diese werden sich nun positionieren müssen. Ob sie Trump-freundlich gesinnt sind, wird sich bald herausstellen. Flynn spielt wohl eine sehr wichtige Rolle, zu erkennen daran, dass die Demokraten ihn völlig aus dem Spiel nehmen wollten. Wir denken, dass Flynn Trumps Verbindung zum Militär ist. Für den Fall der Fälle. Dieser Fall wird aber mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht eintreten. Der amtierende Präsident stellte sich gestern in absoluter Siegerpose und mit nahezu unbesiegbarem Selbstvertrauen vor sein Volk. Niemals würde er dies tun, wenn er sich nicht sicher wäre. Wenn er nun alle angestebten Prozesse gewinnen würde, wäre der Sieg über Biden erdrutschartig. Die Ereignisse in den USA sind aber nicht nur von nationaler Bedeutung. Auch international gewinnt Trump immer mehr Anhänger. Viele glauben langsam an die These, dass die KP Chinas hinter all dem steckt. Wir wollen uns da nicht beteiligen. Es stellen sich allerdings einige Fragen. Frau Merkel, an Sie, die Verantwortliche in unserem Land, so in einer demokratieüblichen Dialog, fragen wir Sie, was haben Sie im Herbst 2019, also kurz vor dem Ausbruch des Todesvirus, in Wuhan mit wem wirklich besprochen? Und warum haben große deutsche Automobilunternehmen gerade die Absicht, ihre Produktionen nach China zu verlagen? An das deutsche Volk geht folgende Frage. Wollt ihr die Antwort der Kanzlerin wissen? Schönen Dank fürs Zuhören. Bitte einen Daumen nach oben. Verbreiten und abonnieren. Freunde, es wird. Bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.